Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming und Netsch. Wir machen noch ein bisschen Aufgabe. Jetzt, wo ich ihm das Geld gegeben habe, streitet er ab, dass es die Vereinbarung gab. Das ist nicht richtig. Ich werde ein Wörtchen mit ihm reden. Wirklich? Das würdest du tun? Mein Name ist Fäldon. Ich weiß nicht, wer du bist, aber die Götter müssen dich geschickt haben. Sie haben meine Gebete erhört. Haben sie, und du verdienst ihre Hilfe. Du hast etwas an dir. Etwas Besonderes. Das glaube ich gern. Wie auch immer, ich danke dir. Mein Meister sollte an der Silbermine sein. Wahrscheinlich überwacht er die anderen Sklaven dort. Hast du schon immer einen Sklave? Von klein auf. Ich wurde am falschen Ort von der falschen Familie geboren. Ich wurde mehrmals verkauft. Und erst jetzt hast du genug Geld, um dich freizukaufen? Erst jetzt fand ich einen Meister, der sich darauf einließ. Ich hätte wissen müssen, dass er lügt. Es war meine einzige Hoffnung. Wirst du oft so ausgepeitscht? Öfter als du ernst. Was hast du getan? Ich weiß es nicht immer. So langsam gearbeitet. Jemanden schief angesehen. Um Wasser gebeten. Manchmal tun sie es nur zum Spaß. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Dann gehe ich mal zu deinem Meister. Ich rede mit deinem Meister und sorge dafür, dass er zuhört. Er ist kein guter Zuhörer. Bei mir ganz sicher. Okay, dann schauen wir mal, Leute, was er so will. Bin ich jetzt nur sehr gespannt, Leute. Sehr gespannt, Leute. Du siehst stark aus. Ich suche immer Leute, die auf Sklaven aufpassen, falls du Arbeit suchst. Ich habe schon eine Arbeit. Es geht um einen deiner Sklaven, Fädon. Als würde ich ihren Namen kennen. Du verschwendest meine Zeit. Okay. Ich müsste gar nicht hier sein. Du verschwendest meine Zeit. Genau. So hat schon lange keiner mehr mit mir geredet. Spuck es aus, solange du mich noch amüsierst. Fädon hat für seine Freiheit bezahlt. Gib sie ihm. Hm. Nein, das klingt nicht nach mir. Aber ich will großzügig sein. Tu etwas für mich und ich gebe diesem Fädon seine Freiheit. Alter, immer das Leute. Und was? Du sollst eine Frau für mich töten. Ihre Familie bliebe ganz allein zurück. Aber der Kult des Kosmos besteht darauf. Du bist ein Mitglied des Kults? Wenn das stimmt, weißt du, wer ich bin. Du bist klüger, als sie dich dargestellt haben, Adlerfrau. Genau. Sag mir, warum ich dich nicht gleich töten sollte. Du könntest. Aber wenn ich sterbe, bleibt der Sklave ein Sklave. Und ich bin der Einzige, der weiß, wo seine Papiere sind. Alter, das ist richtig hässlich. Warum soll diese Frau sterben? Oh, tut mir leid. Mir war nicht klar, dass du das wissen musst. Moment. Musst du nicht? Alter Schwede. Fädon sagte, du hast schon einmal dein Versprechen gebrochen. Das solltest du dieses Mal besser nicht tun. Zieh dich um. Ich habe viele Sklaven. Im Austausch gegen den Tod dieser Frau kann ich einen entbehren. Oh Gott, das wird heftig. Die meisten halten ihre Mitgliedschaft im Kult lieber geheim. Du kannst nichts dagegen tun, wenn du diesem, wie hieß er noch, helfen willst. Außerdem macht es die ganze Situation amüsanter, meinst du nicht? Ja, da hat er recht, Leute. Da hat er sehr recht. Ich mache mich auf den Weg. Töte die Frau oder nicht. Deine Entscheidung. Aber wenn du deinem Sklavenfreund helfen willst, hast du keine Wahl. Die Freiheit des einen ist der Untergang des anderen. Ja, das ist jetzt die große Frage. Was machen wir? Kassandra, welch Zufall, dass wir uns hier treffen. Es fühlt sich nicht nach Zufall an. Ah, dann möchtest du heute wohl über das Schicksal reden. Nein, nicht wirklich. Gut, ich hatte etwas anderes im Sinn. Okay. Attica ist groß und doch führt uns das Schicksal immer wieder zusammen. Genau. Ah, du versuchst wieder auf das Thema Schicksal zu kommen. Aber ich lasse nicht zu, dass du ausweichst. Also, wie viel hast du mit angehört? Oh, alles. Du musst eine schwierige Entscheidung treffen. Wie viel ist die Freiheit eines Menschen wert? Glaubst du, dass ein Leben mehr wert ist als ein anderes? Oh, dumm. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Den ersten Atemzug machen wir alle gleich. Aber sind deine Atemzüge vergleichbar mit meinen? Meinst du nicht, dass der Atem von Perikles besser genutzt wird, als der eines Mannes im Gefängnis? Alter, das ist eine Scherbe. Es ist egal, welche zwei Menschen du vergleichst. Die Antwort bleibt dieselbe. Dann sind ein Priester und ein Dieb gleich? Ein Politiker und ein Kind? Ein interessanter Standpunkt. Ja? Ich habe genug gesagt. Ah, du hast recht. Ich weiß, dass du zu tun hast und dein Geist erschöpft ist. Das klingt nach mir. Danke. Es war mir eine Ehre, diese Gespräche mit dir zu führen. Mir auch, Sokrates. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert jetzt? Was willst du? Ich werde niemanden töten, damit du Fedon freilässt, wenn er längst frei sein sollte. Schön. Ich finde schon jemanden, der sie tötet. Und Fedon bleibt mein Sklave. Ich werde ihn reich dafür belohnen, dass er so viel meiner Zeit vergeudet hat. Malacca. Ja, Leute, es war vielleicht nicht richtig, Leute, aber wir mussten ein bisschen was machen, Wir mussten jetzt ein bisschen was machen, Leute. Okay, es war's, Leute. Das Problem könnte sein, Leute. Ja, das Problem könnte sein, dass er jetzt nicht mehr so zur Sache freikommt. Das ist halt das große Problem nicht. Aber, naja, das ist halt immer das Problem. Hilfe, ist da jemand? Ja, das ist halt immer das Problem, Leute. Was macht man? Okay, ja, da ist ne... Okay, Leute, dann ja, gehen wir mal ein, wieder mal eine Kult vom Kosmos, Leute. Das ist, glaube ich, der Anführer, Leute. Und dann hätten wir, glaube ich, sozusagen schon zwei, zwei Chefs eliminiert. Eine, so, braucht man. Und dann, wenn man, die weiß, die ganzen, äh, eliminiert. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Und dann, wenn du, wie, wie viel, wie viel, wie gut wist du mit dir? Hey. 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 Alter Mann! Alter was für ein Arm Mann! Aber dass man mal Sokrates wieder getroffen hat, in so einem Zwischending, ist gar nicht so schlecht, finde ich. Das, was Sokrates wieder gefunden hat. Hat Vor- und Nachteile, Leute. Hat Vor- und Nachteile, muss man ja nicht sagen lassen. Hat Vor- und Nachteile, so muss man sagen, Leute. Aber wenn man so die Weile trainieren, Leute. Dann einmal, die will ich ja auch noch um. Am besten für alle erledigten Leute. So, Susanne. Die Kult wollen wir ja natürlich auch komplett eliminieren. Wenn es geht, fährt es natürlich gut. So. Leider nehmen wir in den Tauchhut und ich mal kurz warten, Leute. Das ist halt ein bisschen blöd, aber naja. Wir warten lieber und lassen uns lieber ein bisschen, noch ein bisschen Zeit. Und danach werden wir ihn angreifen, den Tauchhut. So können wir es einfach machen, den Tauchhut. Da... Ich bin mal gespannt, wenn die nächste Weise... ...und vielleicht machen wir endlich mal hier, bitte in Athen. Und dann gleich so treiben wir in Athen und versuchen Athen-Güse zu sprechen, Leute. Weil, wie es aussieht... Wie es aussieht, ist unser Freund nicht mehr da, Leute. Ich wollte sagen, ich sei gestorben, leider. Oh Mann, das ist gut, dass er gestorben ist, leider. Der Herr, der Mann nicht mehr Demokratie, leider. Alter, das ist so rumläuft einfach. Das hier aber so einfach rumläuft, wie es geht, Leute. Das hier in dem Gebiet hier rumläuft, Leute. Was ist das hier? Das hier in dem Gebiet hier rumläuft, Leute. Lass in dem Gebiet hier rumläuft, Leute. So, die nächste Kultiv, die ich eliminiert, Leute. Hier, sie wurde. Okay, der Geist kontrollieren, okay, der Geist, okay. Die biggeist, die sind nicht in keinen Fall. Sie haben noch eine Frau, dass sie nicht in den Kopf bekommen. Aber die haben sie nicht in den Kopf. Sie hat sie nicht in den Kopf. Weil den wollen wir natürlich behalten, Leute, unseren Pfarr. Aber wenn wir jetzt bessere Deutsch haben, oder? Ja, wir haben jetzt so zu sagen. Gut, Leute, mit den ganzen Söldern-Kultisten, kriegen wir da langsamer Ruhe in das Ding. Ja, das sind jetzt die, die da ein bisschen zu... Ja, das sind leider die, die da ein bisschen zu... Okay, da können wir mal hier dieses Gebiet mal befreien, Leute. Wir gehen zum Ankreis, der Ankreis, der Ding, dass wir mal irgendwo wieder ein bisschen Länder noch kriegen, Leute. Lass mal hier ein Ding. Weil Athen will ich als letztes Gebiet am besten zerstören, Leute, oder übernehmen, Leute. Lass mal jetzt nach Parkgr. Weil da könnten, so zu sagen, hier die Leute auch mal ein bisschen eliminieren. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn wir hier ein bisschen den Gegner eliminieren. Und so dann halt richtig schöne Aufgaben lösen können. Und das ist, sag ich mal schön, wenn man ein paar Aufgaben lösen kann. Okay, hier ist der Anführer. Jetzt schauen wir mal vielleicht Fehlmöglichkeiten, wo das Haus ist. Wir haben hier ein paar Sachen gemacht. Nun, wir haben uns nicht mehr fehlmöglichkeiten. Ich habe noch eine Leslie haben. Und das ist doch kein Gemüse. Werden Sie das? Das ist ein goldenes弾b? Alle haben wir den Eintritt. So, jetzt haben wir hier das Gebiet noch ein bisschen freigümmert. So, wo ist jetzt, so zu sagen, wo kann man hier ein Portal bieten? So Leute, dass hier die Sachen, tun wir das Gebiet einfach mal ernst. Für Spartak beanspruchen, Leute, dass man hier immer mehr aus Spartak die Gebiete gibt, dass immer größer das Spartanische Reich ist, Leute. So wird die Fassade aus Spartak das Reich immer größer werden, Leute. Das ist mein Ziel, Leute. Das ist mein Ziel, Leute. Der Anführer ist besiegt. Das heißt, wir können jetzt schön gemütlich so ein kleiner Cheat machen, Leute. Wenn wir wollen, dass das komplette griechische Land, komplett griechische Land nur Spartia, Spartia ist. Das wäre unser Ziel, Leute. wenn wir das schaffen, wäre es natürlich mega zu lieb. Das wäre natürlich unser Ziel, das GP zu schieben. Ist ein bisschen skutschig, aber auch nicht schlecht, Leute. Schlecht ist es auch nicht, Leute. Abgebiete aufzulebben. Adlerfrau, wenn du hier bist, steht uns Athena vielleicht doch bei. Was ist denn los? Diese scheiße fressenden Spartaner haben uns festgenagelt. In der kommenden Schlacht könnten wir jemanden mit deinen Talenten brauchen. Heute kämpfe ich für Athen. Dann kämpfst du auch mit Ehre. Lassen wir die dreckigen Spartaner leiden. Ja, lassen wir es ihnen leiden. Aber diesmal nur die Athener, nicht die. Ja, die Athener, ja. Nicht die Athener. Die Athener werden verlieren, Leute. Ja, nur wieder. Und so letztes Mal, so würde ich sagen, dass wir auch wieder ein bisschen paar Länder, äh... Weil Spartan... Weil Athen sie mich lasse, Leute. Athen sie mich am liebsten lasse. Ah! 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 вас mit dem heels! Ah! 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 ...demokens nicht haben! Ah! 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 So, alle sollt ihr mal richtig nur kämpfen, Leute. Ja. So, können wir am besten kämpfen, Leute, ja. Ja, also kämpfen wir jetzt hier abziehen. Ja. 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 Alter, wir sind richtig die Kämpfer, Leute. Also, wie gewinnen, wie viele verräte sind. So, wie viele kleine sind. Sehr gut. Aber, naja. Da haben wir Campen nicht schlecht, Leute. Und noch ein paar. Alter, wir sind eigentlich am Märkten von dem Spaß. Oh, wir sind schon mal gut am März. Aber wir reduzieren mal hier. Oh, wir sind schon mal gut am März. Aber wir reduzieren mal hier. Da sind wir bereit. Geh ins Brett! Oh, wir sind aber dabei. Oh! Oh, wir sind zwar Ihr doch DISCH. Oh, dein Vater ist nicht aus. Ja, ich bin nicht ausprobiert. Oh, dein Vater ist nicht aus. Oh, Gott, ich bin jetzt auch so Metat und ich bin aus. Oh, er solltest du jetzt nicht aus. Oh, Gott, du lebst. Das ist ja meine, meine Damen Mens editor. Ich möchte auch nicht ausprobieren, Oh man, oh 22 Tote, somit hat, aber Leute, ich würde sagen, somit sah, euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und PG, bis dann.